24 Monate Sub sein, das ist eine gute Antwort. Du musst dir einfach dein ganzes Geld lassen. Also diese Faust, Alter. Das sind random drops, ne? Es gibt eine random drop rate. Und deswegen verliere ich auch. Wo geht eigentlich der Typ hin? Ah, ins Nichts. Ja, das ist scheiße. Ins Nichts geht nicht. Ins Nichts geht nicht, Leute. Es muss immer krass sein. Ich glaube, wir hätten halt 100 bekommen, aber ich glaube, der hat so 200 Schaden gemacht. Aber es ist krass, natürlich. Es spielt wieder RNG rein. Die Tür war jetzt ja so viel mehr wert. Die Tür war ja 100 Mal mehr wert. So, habe ich jetzt alle anvisiert? Ich habe den Löwen nicht, ne? Äh, den... Den Wolfreiter. Aber da habe ich noch kein einziges... Teilstück bekommen. Also, es ist Glück, Leute. So, Nachrichten anpinnen bringt nichts. Leute, Nachrichten anpinnen bringt nichts. Titel bringt nichts. Also, man muss sich... Gut überlegen... Wie man... Seinen Mäntel aufrechterhält. So. Weil... Wiederholungen sind normal. Das ist basically Casino-Stream. Ja. Also, die Belohnung ist emotionaler... Emotionaler Win. I guess. Aber das ist ja eigentlich bei Roguelikes immer der Fall. Du willst ja den geilen Run. Das ist ja das, was das Game ja so... Oder was diese Games dieser Art so attraktiv machen. Ja, ich würde gerne das hier nehmen, glaube ich. Weil Crit ist halt weird. Crit ist sehr inconsistent auch. Der Typ nervt. Weil der schießt übel fast. Pow, pow, pow. Das ist ein Traum. Wunderbar. Weil eigentlich später, wenn die Demo raus ist, wird es ja übelst unnormal. Weil dann hast du ja so viele... So viele verschiedene Builds, die dann wahrscheinlich auch in legendäre... Und epische Units... Oder Stands heißt das hier, glaube ich. Münden. Das Problem wird dann eher sein... Wird das Spiel so schwer werden... Dass du... TFT spielen musst. Das heißt, bei TFT ist ja der große Faktor, dass du ja aus Scheiße... Das Beste ist ja nicht durch PvP, ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber du musst ja aus Scheiße basically das Beste machen. Was sehr schwer ist. Na, aus Shit... Das Beste machen ist sehr, sehr schwer. Und ist es dann später so, dass du so viel Auswahl hast, dass du entweder dein Bild einfach... So wie ich jetzt einfach... Einfach anvisierst und let's go. Also so richtig Braindead. Oder dass man sagt... Ey, es ist so schwer... Kein Einkauf... Darf... Dumm sein. Darf schlecht sein. Jedes Item... Jedes... Über jeden... Über jedes Level-Up muss sechsmal drüber nachgedacht werden. Vielleicht... Ich meine, die letzten Runden haben wir Folgendes getan. Wir haben einfach das Schwein auf Level 3 gelevelt. Und wir wussten, wir werden es nicht spielen. Aber das Schwein hat uns jede 16 Sekunden irgendeinen Stat gegeben. Also entweder Magic, HP oder AD. Und es ist dadurch basically alles useful. Und das hier wirkt auch gerade alles useful. Also man hat das Schwein einfach drin gelassen, weil das Schwein rumtrötet und hier basically Clean & Scaling gibt. Ist schon bekannt, wann du lese... Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, ob da To Be Announced steht oder sowas. Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe rollst und dann hatte ich halt nur diese mechanics gerollt jetzt mussten wir einmal kurz holen den garner lieber ich glaube die auswahl die ich treffen muss es lieber die leute zu haben das schwert sagen ja so viel rennen im shit haben und im schiart jesus gibt mir kraft das nett aber wenn im attack attack all the way und was prozentuales wäre gut vor uns war dieser grove da so hp 80 grove gerade zu einer halbwegs frühen zeit ist ja schon eigentlich wäre gut ein schwein pfeift ja das ist aber ein sehr gutes schwein das ist gut das kann sein dass ich das länger behalten weil ihr seht prozentuale movement speed leute ist fucking illegal zu teuer aber ist nicht schlimm ey was soll das das ist ja weil die haben den nochmal doch weil ich ihn zweimal bauen muss wir haben noch einen affen dann aber wenigstens den affen schon mal stufe drei dann ist der slot effizienter die turrets sind dann auch nice weil die stehen da und gegner sparen ja super weird und turrets greifen dann also zumindest hoffe ich dass es so programmiert ist auch außerhalb des bildschirms diese erzquellen und die eier und den ganzen anderen scheiß an und die machen recht soliden der menschen und die attack speed können wir ja auch schon sehen dass das jetzt alles andere als kacke ist also die mechanic früh fertig haben ich mir sehr sicher ist dass es besser ist als der mage aktuell spammt ja auch übelst du soll okay das ist ein bisschen an lakim das ist gut ne da haben wir das schon mal den auf drei den können wir noch mal leveln den können wir noch mal leveln den auch aber wir dürfen jetzt nicht so machen weil wir brauchen den zweimal separat also brauchen die einzelnen ich glaube ich glaube der reißt die da nicht nochmal auf nett ja der star ist wenigstens einfach legit besser ja schuhe sind so das ding ich glaube wir die blauen schuhe die behalten wir und die werden wir wahrscheinlich auch noch mal noch mal rein tun falls sie sie noch mal rollen wenn wir sie nicht verschmelzen weil die schuhe also solange ich keine movement speed über diese türen da bekomme über die hier ich finde es bisher auch der beste ort um ein gold zu investieren weil wir können gold zum türen öffnen benutzen dadurch auch mehr map und dadurch auch mehr loot also hier die räume ihr seht es die werden halt regelmäßig zugekackt und das bedeutet dann natürlich noch mehr gold und wir können ja das gold für items verrollen oder halt hier scheiße ich würde eigentlich noch ein level abhaben warum hat das nicht geklappt immer auf 24 das ist schon sehr viel hier wäre jetzt jetzt die synthese kosten sind übel hoch deswegen sind traum wenn ich irgendwo was synthetisieren kann damit ich möglichst wenig fürs rollen ausgebe also jetzt sieht es zumindest gut aus habe ich das gefühl ich glaube das ist der mechanic der viel viel macht shit also das ding ist ja also blaue schuhe fassen wir safe nicht an aber grüne muss ich muss ich verschmelzen oh der chargt volle mich rein scheiße das ding ist halt wenn der schießt ist das problem der schuss ist so viel schneller wir versuchen den auf jeden fall in die türme zu loggen jetzt macht er gleich seine schuss scheiße so dann macht er seinen chart shit ja wir töten den selber das ganz schnell so okay ich denke das war strategisch schon mal klug jetzt müssen wir die ganzen fuck also immer wenn ich raus gehe kommt das wirklich das ist doch Absicht das ist perfekt weil es teuer ist das ist auch perfekt weil also es ist relativ teuer das kann nicht sein nö das lasse ich das ist verboten es kann nicht sein dass ich so viel suche und so viel nicht hätte oh das ist gut 18% oardrop okay das ist eine passive die kann man erstmal behalten also alle der der von gewonnen schottet so nächste tür wir nehmen die attack an wir gehen rein zerstören alles verpissen uns wieder die frage ist auch vielleicht welche tür man noch öffnen kann alter der schießt von weiten das ist so unfair gut wird sein was der mit mir tut oder eigentlich sagt man was der mit mir macht ja ist das game ja das ist unmöglich zu sagen aber es heißt i am legion last nee stand survivors oder so oder die verschwendung ist episch das ist nicht gut das waren jetzt sehr unlucky rolls ach ach da komm oh ne kompletter nightmare also macht's nicht kompletter nightmare ich hab die beiden schuhe verschmolzen es hätte was gutes rauskommen können der gambler in mir sagt do it aber oh boy wirst du gepunished mal wie langsam wir wir stehen basically das ist jetzt gott sei dank noch nicht so schlimm aber spätestens beim boss ist movement speed alles beim boss ist nur noch movement speed was macht diese scheiß glocke da ist die eigentlich wo einfach oder nicht jetzt endlich jetzt endlich jawoll also instant hubschrauber so das ist aber gut dass wir das aufgehoben haben wir machen jetzt den rein und den rein so das hat richtig viel platz eingenommen das ist aber den ersten legendären oder aus unserer stufe aus der aktuellen sicht legendär magnet let's fucking go jo jo hubschrauber einsatz leute ding dong nichts gebaut geil 18% ohr haben sie gesagt so diese bombeneinschläge das ist der hubschrauber das ist seine passive oder sein skill und skill wie gesagt kann man auch durch fähigkeiten also dessen cooldown kann man senken auch sehr nützlich ist das ist wichtig weil es kostet so die baby cam piept hier die ganze zeit sie sagt also entweder sagt sie hat keinen akku mehr was aber komisch ist weil wir normalerweise eigentlich die ganze zeit angeschlossen haben oder sie sagt ich habe keinen empfang choose your fighter wie viel brauche ich 1500 ja das ist 4 ja das sind alles one shots by the way das ist halt schon sehr wild wenn ihr übrigens das game besser kennt als ich das kann ja sein ist unwahrscheinlich aber die 1% chance besteht könnt ihr mir natürlich sehr gerne sagen wie das mit dem scaling funktioniert und ob es wirklich merkbar ist wenn man hier viele tag hat und einen typen mit attack scaling das ist scheiße das könnt ihr mir gerne mitteilen also wie doll sich das auswirkt wir gucken uns mal das bei der nächsten synthese an dass wir das quasi gleich bei den bei den guten gebäuden bei den guten stans bei den guten units test weil auf die kommt es ja am ende an wenn die ein schlechtes scaling haben dann ist würde mich das spiel natürlich verarschen und selbst wenn ich mich verarscht mache ich hier natürlich das bei fahr beste draus rums 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 das gute ist wir haben sehr lange diesen schwertypen glaube ich gehabt das ist schlau der hier der gibt uns die ganze zeit max hp so verpisst euch wir haben einen besseren schmied gefunden so jetzt kommen langsam die interessanten ach ne wir können verschmelzen ok das ist schlecht aber eigentlich oh 40% skill cooldown ok das ist viel scheiße aber wir sind alles fucking gambler also let's gamble boom tankiness durchgespielt wir gehen immer full gamble ach scheiße also der unterschied zu legendären items der ist groß leute der ist wirklich huge ok so huge wie mein ding dong post ist da nur bräuchten wir mal legendäre schuhe das wäre gut ok das ist schlecht man ich habe 31 so so das ist der typ nummer 2 und das ist der monkey king so ihr beide ihr werdet zu dem fehlt noch ein wolf und das ist gut aber habe ich dann alle wir haben dann hubschraube wir haben den und wir haben den lich das heißt sie brauchen dann noch einen was machen wir denn dann nochmal ich würde eigentlich gerne den hubschrauber nehmen fehlt noch der sind ja oh fuck deswegen war der shop so schlecht wegen euch wegen euch alter man ich habe wirklich immer die hoffnung dass es ein team game ist aber wir haben eigentlich genug leben wir nehmen die experience junger raum gecleared sektaklee man ich habe so viele roads verschwendet aber die sind ganz schön tanky die boys hier außer wenn der raketenmann zuschlägt und der affenmann oh ma das ist so kacke guck mal bub 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 wie schnell das auf einmal geht wie schnell das auf einmal geht oh ist das scheiße rolls also wer rollt wirft weg das wollen wir nicht da ist ein schmiedestein aber da gehen wir gleich hin wir haben 200 alter ja der wukong haut aber rein du guck mal hier wenn er einmal so ein ding durch die gegend fliegt so full gamba das ist ein gutes item das ist gibt tankiness aber ist einfach die beste variante von dem geil so wir haben aber nicht mehr viel zeit das ist eigentlich dumm dass ich hier runter gehe wir können jetzt ein bisschen facetanken alter der macht doch bleed seht ihr das Junge ich muss den nehmen ne das ist wichtig das ist jetzt gefährlich das könnte man jetzt falsch machen aber es ist der hier weil um den Lich zu machen brauchst du den auf 1 und den auf 2 also hier ist wieder eine Gefahr hier ist eine Gefahr dumm zu sein aber das wollen wir nicht aber die Zeit ist das Problem ich habe den Wolf verkackt ich habe den Wolf verkackt hat der geleuchtet? ja das ist ja nicht dumm das ist ja blind dumm ist ja decision making ich habe ja nicht die Entscheidung getroffen es nicht zu sehen oh pick up das ist terrible das ist ein terrible legendary also da wäre die Axt zweimal die Axt tausendmal besser gewesen so so Ruhe bitte boah ist der teuer wir wollen nur den Sperrheini deswegen leuchtet der nicht wir haben quasi einen Wolf zu viel geholt der Raider der Raider fehlt da fehlt aber noch das hier und den brauchen wir jetzt zweimal ich kann sie das Spiel vielleicht erklären im Prinzip musst du Horden von Gegnern besiegen und um das zu machen musst du Units kaufen die gewisse Scalings und gewisse Rezepte haben um die zusammen zu craften so den Boss können wir jetzt machen oder wir ignorieren ihn wieder eigentlich wollen wir ja die Medaillen holen richtig wir können ihn actually outrun also ein bisschen Movespeed haben wir Gott sei Dank ich glaube wir müssen einfach jede Wukong Ult sitzen ich glaube das ist schon mal halbe Miete das Feuer von dem Hubschrauber ist natürlich nett aber halt nur nett und das mit den Eggs ist natürlich auch wichtig oh das ist gut scheiße zu teuer aber da hätten wir auch nur vier also wir müssten halt zwei Hubschrauber machen Be my Horde kenne ich nicht tjo das ist dem Boss übrigens paralysiert finde ich übel krass also das ist so dass der keine Immunität hat ist total insane da oben ist so ein Schmiededing also wir kriegen den auf jeden Fall tot wo RNG ist es? naja die HP brauchen wir gar nicht mehr so doll ja lieber mehr Damage blablabla 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 ok also wir kriegen den safe tot wir können jetzt noch auf ein Level abhoffen und ich weiß auch nicht ob ich schon 100 Eier kaputt gemacht habe aber das ist ja für mich auch sehr RNG abhängig oh das ist wichtig das könnte es sein so da haben wir schon mal vier und jetzt müssen wir gucken jetzt sind wir eigentlich ne der Wolfmann fehlt noch ja das schaffe ich ja nicht ja wir uns fehlt noch ganz oft der hier also wir können jetzt hier nochmal wegrennen weil der ist ja basically schon dead joo der sind joo alter ja he did das habe ich nicht geschafft ja sieht aus wie hier ja 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 ja